Wollen werden sie natürlich, aber da muss es jetzt ganz schnell gehen, blitzschnell sozusagen. Akda, Scheibe kommt Richtung Tor und Galbraith, was für eine Parade und dann ist die Partie beendet. Und die Adler frustriert. Es gibt nochmal einen Faustkampf. Pieter gegen Wolf, das hat sich angekündigt. Die haben sich vorhin schon da gar nicht lieb gehabt und jetzt sind alle Mannschaften auf dem Eis. Und es gibt noch einen Faustkampf. Richmond gegen Mietzkowski. Und der teilt ganz schön aus, Mietzkowski. Hört gar nicht mehr auf. Oh Gott, jetzt wird es wild. Jetzt wird es wild da unten. Oh, jetzt ist was passiert. Ganz schnell muss da... Oh Gott, jetzt wird es wild.